Die Lebensmittelampel ist ja eigentlich eine super Idee. Da können wir beim Einkauf direkt auf einen Blick erkennen, wie viel Zucker, Fett und Salz in einem Lebensmittel drin ist. So würde das theoretisch dann aussehen. Die Lebensmittelwirtschaft wehrt sich seit Jahren mit Händen und Füßen gegen eine solche Lebensmittelampel. Die wollen das auf keinen Fall. Aber jetzt auf einmal haben sechs große Lebensmittelkonzerne, unter anderem Coca-Cola und Nestle, Pläne für eine eigene Ampelkennzeichnung vorgelegt. Als wir das gelesen haben, haben wir uns erstmal ganz schön gewundert und uns dann diese Industrieampel mal genauer angeschaut. Und selbst ein Produkt wie Nutella, was zu 90 Prozent aus Zucker und Fett besteht, würde mit dem neuen Kennzeichnungsmodell der Lebensmittelindustrie keine einzige rote Ampel bekommen. Das zeigt, von der eigentlichen Idee einer verbraucherfreundlichen Nährwertkennzeichnung ist da nicht viel übrig geblieben. Und es zeigt, mit welch fiesen Lobbytricks die Lebensmittelwirtschaft arbeitet. Das ist jetzt ist ein Scholarship. Schal жеuble, der sehr freundlich ist. Musik 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 Musik